Musik 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 Moin Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal, heute wieder mit Tobi, Tobi ist wieder dabei, Tobi hat sich schick gemacht, Tobi war beim Friseur. So, ja, heute, worum geht es heute? Heute, ja, muss ich hier einfach nur ein paar langweilige Reifen aufziehen, aber das will ich euch nicht zeigen, ich will euch nur mal sagen, die Projekte, die wir ja schon mal angekündigt haben, sind im Anlauf und die laufen und ich zeige euch mal, auf jeden Fall eins, ein Projekt werde ich abgeben, das ist der Yaris, der wird nach Afrika gehen. Es ist halt so, weil die Kosten über, ja, über das Budget gingen, die haben wirklich das Budget gesprengt und das, was ich dafür wiederkriegen würde, kriege ich nicht mehr raus. Geht nach Afrika, ja, normales Importfahrzeug, die Afrikaner freuen sich darüber, ja, läuft. So, den schieben wir ab Freitag, dann läuft er weg und, ja, ich zeige euch auf jeden Fall, was macht der G40. Der G40, das Projekt, das ist, vor vier Wochen ist das angelaufen und, ja, wir haben ihn gerupft, den Vogel, haben jede Menge Sachen festgestellt. Schaut euch in der Zeit erst mal das Video an, wie der G40 jetzt aussieht. Ja, ihr könnt euch das jetzt mal antun und dann werdet ihr sehen, was für eine Aufgabe wir uns hier aufgeladen haben. Viel Spaß dabei erst mal, wir sehen uns später wieder. Ja, ihr könnt euch das jetzt mal antun und dann werdet ihr sehen, was für eine Aufgabe wir uns hier aufgeladen haben. Ja, ihr könnt euch das jetzt mal antun und dann werdet ihr sehen, was für eine Aufgabe wir uns hier aufgeladen haben. Ja, ihr könnt euch das jetzt mal antun und dann werdet ihr sehen, was für eine Aufgabe wir uns hier aufgeladen haben. Bis zum nächsten Mal. 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 Ich werde ich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.